Hier unten an dem runden Ding die Wiedergabegeschwindigkeit schneller drehen. Hier unten muss das irgendwo sein, das runde Ding. Ja, also heute haben wir hochinteressantes Tagesthema. Hier. Warum ist denn das so lang? Ah ja, ich habe einen Fehler gemacht. Aber ich glaube, Sie können es ganz gut lesen. Wir 2020, Bodo Schiffmann plus Prof. Sucharit Bhakti, Dr. Med. Wolfgang Wodag, Prof. Homburg, Dr. Köhnlein. Wenn die alle zusammenhalten würden, die können die Pharma-Impftestindustrie bleibend zügeln. Ja, denn die Reformen der Next Scientist for Future, mit denen ja einige begonnen haben, zusammenzuarbeiten, haben ein Potenzial von 56 Prozent der Wählerstimmen in einer simulierten Bundestagswahl. Bei einem Partnerinstitut des zweitgrößten deutschen Meinungsforschungsinstituts wurde das festgestellt. Und im ersten Anlauf, Bundestagswahl, würde ich sagen, 20 Prozent ist das Arbeitsziel. Ja, denn im Prinzip kommen wir gleich dazu, wie das dann also ist, mit unserer sozusagen, wie die Welt denn aussieht. Warum denn die Pharma-Impf- und Testindustrie im Moment Deutschland regiert. Weil es in unserem System ohne Reformen, ohne die Reformen der Next Scientist for Future, wird es immer so bleiben, dass die reichsten Industrien regieren. Es regiert also weder der Bürger, noch seine Repräsentanten, die Politiker, noch die Parteien, noch die Parlamente, noch der Bundesrat. Es regiert am Ende immer automatisch die reichen Industrien. Das ist zwangsläufig im jetzigen System, weil wir Menschen Probleme haben, zu verstehen, dass die Erfindung von freiem Tauschhandel, freiem Markt und freier Arbeitsteilung grundsätzlich darauf hinausläuft, auf eine Diktatur der reichen Industrien. Das geht nicht anders, weil nämlich, jetzt noch einmal ganz kurz gesagt, die Pharma-Impf- und Testindustrie kann, verkauft seit, also bezahlt seit Hunderten von Jahren die Medien, Zeitungen, Zeitschriften. Es fing ja wohl an mit einfachen Zeitungen und so weiter, ja. Und dadurch entstand ein Evolutionsprozess, dass also pharma-kritische Journalisten einfach in Medien, die wesentlich von Geldern der Pharma-Impf- und Testindustrie und zum Beispiel auch der Automobilindustrie leben, denken Sie an die vielen Autowerbespots im veröffentlich-rechtlichen Fernsehen zum Beispiel, ja. Dann haben einfach dort Journalisten, die Pharma- und Autokritisch sind, keine Überlebenschance, keine Karrierechance, ja. Und dadurch starben in der Evolution der Journalisten und der Evolution der Medien typischerweise die pharma-kritischen und autokritischen Journalisten aus. Und übrig blieben Journalisten, die schon vielleicht von Kindheit an begeisterte Fans von Pharma- und Autowaren. Das heißt, die belügen uns jetzt nicht, sondern die sind sowieso schon sozusagen voll von vorteilbringenden Irrtümern, weil sie nämlich die vorteilbringenden Irrtümer von Pharma und Auto in ihren eigenen Kopf übernommen haben. Schon vielleicht in der Jugend, vielleicht schon in der Kindheit, ja. Und begeisterte Auto- und Medizin-Fans waren oder so, ja. Doktorspiele vielleicht schon, vielleicht schon Vorstellung, ich werde Arzt oder so, ja. Und solche Journalisten, die belügen uns nicht, die verschwören sich nicht gegen uns, sondern die werden automatisch die Mehrheit in allen Medien bilden. Und es ist doch selbstverständlich, dass diese dann der Gesellschaft und der Politik sagen, wie die Welt ist. Und es ist doch selbstverständlich, dass dann sozusagen das ganze Land, sozusagen die ganzen Bürger alles glauben, was von der Pharma- und der Autoindustrie kommt. Und dass dann natürlich auch die Regierungen, da braucht es gar nicht viele Lobbyistenbesuche oder viele Geschenke von den Pharma- und Autokonzernen. Aber am Ende glauben alle in der Gesellschaft, dass Pharma- und Autoindustrie im Prinzip immer die Wahrheit sagen und immer Recht haben. Und dann kam es, so kam es dann eben auch zu dem Abgasbetrug, weil die Autoindustrie war eigentlich gewöhnt, dass man ihr alles so glaubt und alles abnimmt. Und die Pharma- und Testindustrie ist eben auch gewöhnt, dass man ihr alles abnimmt. Und bei der Schweinegruppe war das auch ein bisschen komisch, dass man, man hat der Pharmaindustrie, glaube ich, Hunderte von Millionen Euro bezahlt für Impfungen, die in Schweden viele Leute krank gemacht haben und die in Deutschland zum Glück gar nicht erst eingesetzt wurden, sondern teuer entsorgt werden mussten. Aber es ist doch selbstverständlich, dass man der Pharmaindustrie alles abkauft. Und das ist ganz normal. Und das werde ich, ja, vielleicht mache ich es jetzt gleich, also ich gehe mal nach dem Zettel hier vor, ich mache die Reihenfolge, es kommen nämlich noch Kommentare, also ich werde jetzt gleich. Ja, und diese Pharma- und Autoindustrie zu zügeln, dass die also nicht mehr das Land regieren zwangsläufig, das geht nur durch die Reformen der Next Scientists for Future und nicht durch die. Und die müssen immer, die sind Parteiberater und die externe ehrenamtliche Parteiberater, einen Staat der Erde beraten oder ein Großunternehmen der Erde beraten, die kostenlos und unentgeltlich und ehrenamtlich. Das ist die, dafür ist der Weltrat, die Next Scientists for Future angelegt, sozusagen. Nach dem ersten Start, ersten Beratungsdurchgang endet dieser Weltrat dann auch eigentlich und dann können die Professoren wieder machen, was sie wollen, sozusagen. Dann können sie auch sicherlich dann später machen, was sie wollen. Auf jeden Fall entlässt zumindest formal dann der Weltrat sie, auch wenn man wird vielleicht den Namen beibehalten, aber da wird also auf jeden Fall, wird aus diesem Status werden die Professoren entlassen. Ja, also das heißt also, sozusagen, wir kommen nachher hier zu den Kommentaren. Da werde ich mal sozusagen darauf eingehen. Gut, aber ich mache erst mal den Papiertext und gehe dafür auf unser Tagesbild. Ja, da ist es doch. So, also, das ist so schwierig, immer die Maus irgendwo unterzubringen, dass sie nicht stört. So, also, im Sender News und Talks, in Playlist 4 am Ende, also in der neuesten Playlist am Ende, findet sich eine Sendung von Bild, wo ein Unternehmer die Abwahl aller Politiker fordert. Ja, und das ist genau richtig, ja, denn wir 2020 sollte zur Abwahl aller bisherigen Politiker führen. Das wird aber nicht, es wäre zu schön, um wahr zu sein, wenn man in der ersten Wahl 56 Prozent bekommen wollte, sozusagen, lassen wir erst mal uns mit 20 Prozent anvisieren. Das wird schwierig genug. So, und dann ist da auch noch ein, der Rechtsanwalt Solmecke hat eine Sendung gemacht zur Klage des Corona-Ausschusses, Rechtsanwalt Füllmich in USA. Er sieht also als Jurist sehr wenig Chancen, aber schaut euch das die Sendung an in dieser Playlist. Ja, generell findet sich auf diesem Sender und diesen Playlists, also News und Talks für, also da, die enden das öfters, News und Talks für, muss man nur eingeben, vier Worte bei YouTube. Dieser Sender mit dem Stern sozusagen bringt in seinen Playlists, hat er ein Komplettprogramm der besten Sendungen des Internetfernsehens. Das ist eigentlich die wichtigste, die einzige Quelle, die wir empfehlen können. Ja, dann also nochmal. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder, entweder wir schaffen den Tauschhandel ab und den freien Markt und die freie Arbeitsteilung oder wir brauchen die Reformen der Next Scientists for Future. Denn der Tauschhandel, ja, das würde ja bedeuten, wenn wir den Tauschhandel abschaffen, also nochmal ein ganz kurzer Blick hier, ich weiß nicht, was hier los ist, warum das immer wieder auftaucht hier. Ich mache doch gar nichts. Was ist denn das hier? Hier geistert irgendwas rum. Ja, jetzt bleibt es weg. Ja, also, ich zeige das nochmal kurz. Warum ist der Tausch, die Erfindung des freien Tauschhandels der absolute Killer? Ja, also noch einmal. Ja, stellen Sie sich vor, was passiert. Hier haben wir den ersten Früharzt und Frühhändler. Der lebt in der Wahrheit. Nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion entsteht ein Früharzt und Frühhändler, der sich irrt. Und der bringt jetzt glückszerstörende Gedanken auf. Der irrt sich einfach. Und der sagt, oh nein, also gesunde Ernährung, gesundes Immunsystem, Sport, gesunder Lebensstil, natürlicher Lebensstil, völlig unwichtig. Ihr müsst nur einfach, krank werdet ihr nur durch übermächtige, allmächtige Killer, Viren, Bakterien und so weiter. Und ihr müsst meine Produkte und Operationen kaufen, Medikamente und Operationen. Nur so könnt ihr gesund werden. Und außerdem dieses eklige Rumgeschmuse, diese vielen Umarmungen, ekelhaft und dieser viele Sex. Und dass die Mütter jahrelang die Babys stillen, widerlich, ekelhaft, wett damit und so weiter. Und die Leute, die ihm das glauben, und das sind eben viele, weil Menschen sehr, sehr suggestibel sind, suggestible Tiere sind. Und dadurch kann er unheimlich viel verkaufen. Die Leute werden konsumsüchtig, kaufsüchtig, shoppingsüchtig, alkoholsüchtig, drogensüchtig, medikamentensüchtig und, und, und. Und er verdient wahnsinnig viel, kann hier ein Kind, ein leibliches Kind, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren, wird der Vorfahre von Trosten, Wieler, Lauterbach, Aldi und Alnatura. Und hier findet er einen geistigen Nachahmer sozusagen und der irgendwann explodiert auch das und hier viele geistige Nachahmer. Und die ganzen Universitäten sind voll von seinen vorteilbringenden Irrtümern. Und die müssen wir nun aussterben lassen durch positive Anreize, die wir setzen, sodass diese keinen Vorteil mehr bringen, sondern dann Nachteil bringen, sozusagen. Und dadurch aussterben. Oder wir schaffen grundsätzlich den Tauschhandel ab. Auch dann werden die vorteilbringenden Irrtümer nach und nach wieder verschwinden. Zumindest wenn man auf die Next Scientists for Future hören würde, die dann diese vorteilbringenden Irrtümer aufdecken würden, sozusagen. Aber die würden sich auch, denke ich, mit der Zeit von selber verlieren durch Evolutionsprozesse. Also, weil wer die vorteilbringenden Irrtümer im Kopf behält, wird sehr ineffizient sein als Kommune. Ja, und jetzt zum Beispiel, wenn wir Tauschhandel und Arbeitsteilung abschaffen, dann würde das ja letztendlich darauf hinauslaufen. Ja, was ist das hier? Ja, da ist noch was. Also, gucken wir es uns mal an. Nehmen wir das Bild hier. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt hier, also, dann würden wir die Welt wieder in den Naturzustand versetzen, vor der Erfindung des Tauschhandels. Und dann hätten wir lauter Kommunen von circa, ja, maximal, denke ich, 120 Individuen. Ja, Kinder, Frauen, Männer. Und dann können die natürlich nur herstellen, was diese 120 können, weil es gibt ja keinen Tauschhandel. Ja, untereinander, es wird dann so sein, dass zum Beispiel, wenn die Männer ein Haus bauen, das Problem ist, dass 120 Leute wahrscheinlich kein Hochhaus werden bauen können. Also, sozusagen, ja, dann müsste man die Bevölkerung drastisch senken, weil die Hochhäuser werden nach und nach zerfallen, die schon da sind. Und dann werden wir das Problem haben, dass wir nicht genügend neue Hochhäuser werden bauen können, um 80 Millionen Menschen darin unterzubringen. Also, ich denke, wir müssen dann drastisch die Bevölkerung reduzieren, aber dafür haben ja die Next Scientists for Future Konzepte. Das würde dann bedeuten, dass unsere Karriere, also die Frauen dann, die leistungsfähigen Frauen dann von so einer Kommune vielleicht, die ganze Gruppe vielleicht nur noch ein Kind bekommt und alle anderen dann eher nicht angenommen werden. Nach dem Motto, mein Bauch, meine Neugeborenen gehören mir, denn wenn die Hochhäuser verfallen, dann, ja, dann, diese 120 Leute werden nur in der Lage sein, kleine Häuschen zu bauen, sozusagen. Ja, und dann wird es Leute geben, die Betten bauen und so weiter. Alles, was wirklich wichtig ist, werden die schon hinkriegen und werden dann, im Gegensatz zu Professor Hans-Werner Sinn, viel glücklicher sein als im jetzigen Zustand, denn die Leute waren garantiert ohne Arbeitsteilung viel, viel glücklicher als wir, denn der Mensch braucht eigentlich, wenn er keine Konsumsucht hat, nur sehr wenig. Aber wie gesagt, daran haben wir, denken wir bis jetzt nicht. Also das wäre natürlich eine Möglichkeit, dass also jede Kommune alles, was sie zum Leben hat, selbst herstellt, selbst anbaut, selbst erjagt, falls sie überhaupt Fleisch essen wollen, falls das überhaupt nicht, also die Frage ist ja noch nicht endgültig geklärt, ob generell auch Wildfleisch gesundheitsschädlich ist und so weiter, ja. Und von daher wissen wir das also nicht so genau. Also das heißt, interessante Frage, Tauschhandel, freien Markt und freie Arbeitsteilung generell abschaffen als Alternative zu den komplizierten Reformen der Next Scientists for Future? Interessante Überlegung, ja, denn auch das würde gehen. Auf jeden Fall ist freier Markt, freie Arbeitsteilung und freier Tauschhandel müssen entweder auf jeden Fall staatlich kontrolliert werden, durch die Reformen der Next Scientists for Future oder sie müssen wieder abgeschafft werden. Eine andere Möglichkeit hat die Menschheit nicht, ja, weil sonst immer unser aller Leben grundsätzlich zerstört wird und zwangsläufig die reichen Industrien immer das Land regieren. Und das erleben wir gerade. Wir werden gerade regiert von der Pharma, im Moment ist die Autoindustrie ein bisschen ruhiger und die anderen Industrien, aber wir werden im Moment von der Pharma, Impf- und Testindustrie regiert. Und das ist zwangsläufig so, dass es bei den Evolutionsprozessen im Rahmen von freiem Markt, freiem Tauschhandel, freier Arbeitsteilung nicht verhinderbar, es sei denn, man bringt entweder die Reformen von den Next Scientists for Future, die das Ganze korrigieren, oder man schafft das wieder ab, den Tauschhandel, ja, ja, so, dann lese ich mal weiter. Dann, jetzt sagen wir mal, wir wollen den Tauschhandel, den weltweiten Tauschhandel und so weiter nicht wieder abschaffen, ja, dann müssen wir uns klar sein, dass es zwangsläufig so ist, wie ich jetzt beschreibe. Wir schauen uns also hier mal an. Wir können jetzt wieder entweder dieses Bild nehmen, nur zum Veranschaulichen. Ich nehme erst mal das andere. Na, auch da ist ja der Pfeil. Fangen wir doch mit dem Bild an. Sehen wir das? Sie sehen das jetzt so als nicht ganz vollständige Kugel, aber es ist eigentlich eine Kugel, ja, und diese Kugel sehen wir jetzt nicht. Die Normalverteilung ist jetzt mal nicht wichtig, sondern diese Kugel ist jetzt nicht die Erde, sondern das ist der Kuchen. Das ist der Kuchen einer Gesellschaft, der deutsche gesellschaftliche Gesamtkuchen. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, dass an diesem Kuchen ständig Sparten und Sekten nagen. Also mit Sekten meine ich jetzt nicht so was Böses, ja, sondern Sekten sind was ganz Normales. Sparten und Sekten der Gesellschaft, ja, es gibt die linksextremistischen Sekten, die rechtsextremistischen Sekten, es gibt die Scientology. Manche würden auch sagen, die Gemeinwohlökonomie ist eine Sekte und so weiter, weil die auch von Auditoren spricht. Das ist der gleiche Begriff, also die Scientology spricht von Auditoren und die Gemeinwohlökonomie spricht von Auditoren. Zumindest ist das äußerst ungeschickt, die gleiche Wortwahl wie die Scientology zu verwenden von der Gemeinwohlökonomie. Na gut, das sollte man schleunigst ändern, ja, und nur noch von Wirtschaftsprüfern für Gemeinwohlbilanzen sprechen. Also, also Sekten sind nichts per se Böses und Schlimmes. Katholische Kirche und evangelische Kirche sind ja auch irgendwie zueinander Sekten, ne? Und ja, also schlimm ist das nicht. Aber die Welt ist voll Sekten und Sparten und NGOs sind ja auch gewisse Sekten und so weiter. Das heißt, wir haben hier, stellen Sie sich vor, immer so einen Kreis. Dann nagt jetzt quasi jede Sparte, jede Sekte nagt an diesem Kuchen. Und die Evolution läuft immer in die Richtung, dass da möglichst viel aus dem Kuchen rausgefressen wird. Das Dilemma ist nur, dass diese Sekte und Sparte ja auch Teil des Kuchens ist. Und alle anderen, ja sozusagen, alle anderen Sekten und Sparten, ich zeige es mal hier, diese Sekten und Sparten sind ja, fressen auch von dem Kuchen und fressen also quasi auch von dem, was diese, von der anderen Sparte. Also, das ist quasi so eine Art Kannibalismus. Jede Sparte und Sekte frisst von allen anderen, ja? Und dadurch wird unser Leben zerstört, ja? Ja, wenn zum Beispiel die Waffenindustrie Sparte an uns nagt mit ihren vorteilbringenden Irrtümern, ich fasse es kurz zusammen, der Mensch ist kriegerisch und Krieg gehört zum Leben und deswegen müssen wir jetzt mal wieder einen Krieg gegen den Irak machen oder gegen uns Saddam Hussein töten und so weiter. Und ja, und das ist ganz normal, dass eben die, die will ja auch fressen, die Sparte-Waffenindustrie. Und die Next Scientists for Future würden der den positiven Anreiz setzen, dass sie nur noch bezahlt wird, weiterhin die gleichen Gelder bekommt, wenn im nächsten Jahr die Zahl der durch Gewalt getöteten Menschen um fünf Prozent zurückgegangen ist. Man kann das dann regional zu Ständigkeiten erzeugen. Aber entscheidend ist also, dass nur durch positive Anreize oder durch Abschaffung der Arbeitsteilung generell kann man das Problem in den Griff kriegen, sozusagen. Und jetzt diese Sparte, also die Rüstungssparte, die wird Deutschland irgendwann wieder in den Krieg treiben, so wie sie Deutschland 1939 in den Krieg getrieben hat und die USA in alle möglichen Kriege getrieben hat. Die Waffensparte will ja auch fressen, sozusagen. Und dann ist die Autoindustrie, die will fressen, die bringt uns so vorteilbringende Irrtümer wie, ja, der Nachbar ist gefährlich, mit dem könnte es ja eine juristische Streitigkeit geben, eine Nachbarstreitigkeit. Und außerdem, ja, und außerdem solltest du immer der Meinung sein, das ist auch noch ein vorteilbringender Irrtum der Automobilindustrie, du solltest immer der Meinung sein, ich gehe jetzt mal auf dieses Schaubild, ja, wenn man das jetzt, ach so, ich bin jetzt viel falsch, gehe mal auf dieses Schaubild, ja. Wir können das auch so verstehen, hier in der Mitte wäre also ein riesiger großer Kuchen, und das ist jetzt der riesige große Kuchen, das sind wir alle quasi, wir alle gehören zu dem Kuchen, aber wir gehören auch alle Sparten und Sekten an. Und diese Sparten und Sekten fressen immer an dem Gesamtkuchen und zerstören den Gesamtkuchen und damit schädigt jede Sekte und Sparte immer alle anderen mit. Also hier haben wir jetzt nochmal die Waffenindustrie-Sparte, ja, und die frisst an dem ganzen Kuchen und schadet uns allen, wir werden alle getötet in Kriegen und so weiter, aber die Waffenindustrie verdient gut, ja. Und die Automobilindustrie, hatte ich eben erzählt, und die hat so vorteilbringende Irrtümer wie, ja, geh mal davon aus, ja, also Kind, du bist nicht dumm, obwohl du in Wirklichkeit ein kleines Gehirn hast, sondern du bist immer der Klügste und der Größte und der Beste. Und dadurch haben wir jetzt lauter Menschen, die alle glauben, sie seien immer im Recht und sie seien befugt, auch sich Gedanken über eine neue Welt zu machen. Dadurch haben wir lauter NGOs und andere Träumer, die alle glauben, sie hätten eine Wahrheit gefunden, obwohl sie nur hätten fragen sollen, hatte ich eine Fünf in Mathe oder hatte ich eine Eins in Mathe? Und wenn ich eine Fünf in Mathe hatte, dann bin ich doch zu blöd für diese Welt, ja. Und dann sollte ich es lassen und das Denken lieber den Pferden überlassen, die haben den größeren Kopf, ja. Aber diese Selbstkritik haben die Menschen nicht mehr und dadurch passiert Folgendes, dass die Leute sozusagen, wenn sie einem Nachbarn begegnen, immer davon ausgehen, dass sie selber im Recht sind. Dadurch kommt es zu Streitigkeiten und dann im Resultat kommt es dann dazu, dass in einem Wohnhaus keiner mehr mit dem anderen spricht, außer höflich guten Tag zu sagen, ja. Und davon profitiert die Automobilindustrie, denn dann besuchen diese vereinsamten Leute ihre Bekannten in Hamburg oder München und dadurch steigt der Automobilabverkauf sozusagen. Und so frisst dann die Automobilindustrie an uns sozusagen. Dadurch wird sie reich, bezahlt viel Werbung in allen Medien. Dadurch kommt es zu einer Evolution der Journalisten in Richtung, dass alle sozusagen, alle Journalisten, die überhaupt dort noch einen Job haben, begeisterte Fans der Automobilindustrie und der Pharma- und Impf- und Testindustrie sind. Und dadurch regiert dann automatisch und zwangsläufig aufgrund dieser Gehirnwäsche durch die vorteilbringenden Irrtümer, diese Killer-Viren des Geistes, regiert dann die Pharma-Industrie und zusammen mit der Auto-Industrie, die im Moment ein bisschen ruhiger ist und mit allen anderen Großindustrien. Sie brauchen nur gucken, welche Werbespots sie, von welcher Industrie stammt welcher Werbespot in den öffentlich-rechtlichen Medien zum Beispiel, dann wissen sie genau, wer Deutschland regiert. Und es kann nicht anders sein. Es sei denn, wir führen die Reform, entweder beenden wir den Tauschhandel, den freien Markt und die freie Arbeitsteilung, gehen wieder zurück in das Leben der 120er Kommunen sozusagen, ohne Arbeitsteilung, ohne Tauschhandel, weil jede Kommune höchstens innerhalb der Gruppe kann es ja Arbeitsteilung geben, aber kein Tauschhandel. Ja, kein Tauschhandel. Es darf keinen Tauschhandel geben und alle, die alles herstellen, schenken alles ihrer geliebten Kommune und dann geht das. Ja, aber Tauschhandel und freier Markt müssten wir also verbieten oder die Reform der Next Scientist for Future. Und leider geht es nicht anders. Und die einzige Partei, die im Moment verhandelt, am Wochenende, ja, morgen, übermorgen, werden die nächsten Verhandlungen sein, wird die Sendung Nummer 3 erscheinen. Ja, so, dann schaue ich mal weiter. Also, jetzt gucken wir uns das mal an. Also, dann habe ich hier zum Beispiel die Vorteilbringenden Ertümer der Nahrungsindustrie. Ja, ich glaube, ich mache das mal besser so. Also, ich nehme mal dieses Bild noch eine Zeit lang. Wir haben ja zum Beispiel die Zucker-, die Nahrungsindustrie. Auch ein großer Player. Hat ja auch wahrscheinlich viele Werbespots in öffentlich-rechtlichem Fernsehen. Wir werden also auch von der Nahrungsindustrie regiert. Ja, das sind unsere, vergessen Sie die Parteien und die Politik und die Parlamente. Hier sind unsere Regierenden, unsere Milliardärskönige. Hier sind unsere Milliardärskönige. Hier, ja, das sind unsere Regierenden. Und die sozusagen nagen jetzt an dem Gesamtkuchen und schaden, also an diesem Gesamtkuchen und schaden allen anderen. Also, auch Ihren Kollegen von der Pharmaindustrie fügen Sie riesige Schäden zu. Ja, denn Sie verbreiten so Glauben, so Vorteilbringende Irrtümer wie Zucker ist gesund, den tun wir überall rein. Dadurch werden die krank, die krank, die krank, die krank, die krank. Alle werden krank, sozusagen. Und diese Nahrungsindustrie, sozusagen, ja, allein dieser Vorteilbringende Irrtümer, der um Zucker ist gesund, den tun wir überall rein, bringt riesige Profite, weil nämlich Zucker unheimlich billig ist. Und Suchstoffe sind noch billiger, also tut man das einfach überall rein und die Leute werden krank. Aber es spielt ja keine Rolle, es ist ja ein langsam wirkendes, schleichendes Gift und dadurch kann niemand beweisen, dass dieser Zucker die Todesursache ist. Und dadurch kann es ja auch niemand verklagen. So, also die Nahrungsindustrie regiert uns. Dann gehe ich mal hier weiter. Dann habe ich hier die Gesundheitsindustrie. Ja, das haben wir ja hier. Pharma, Impfung, Test und Medi-Industrie. Ja, also sozusagen Mikroben sind die großen Killer, habe ich ja schon gesagt. Dann habe ich hier Benen, das kann ich jetzt nicht lesen. Also, dann haben wir hier zum Beispiel, hier haben wir unten, von wegen unten Sozialstaat, hier haben wir zum Beispiel die riesigen Sozialsparten oder Sekten. Und die haben so vorteilbringende Irrtümer wie, ach ja, die Leute verhungern uns ja, wenn wir nicht ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1.500 Euro einführen oder nicht einen Mindestlohn oder einen Tariflohn einführen oder wenn wir nicht wenigstens das Hartz IV auf 500 Euro erhöhen, dann verhungern uns die Armen, die Armen. Ja, und sozusagen, also einmal Verwöhnungstendenz, ja, also mit dem vorteilbringenden Irrtum, diesen vorteilbringenden Irrtümen, die führen zur Verwöhnung und damit zum Festhalten in der sozialen Hängematte und auf der anderen Seite haben die so einen vorteilbringenden Irrtum im Kopf, na ja, wir lehnen uns im Sessel zurück und bleiben dort sitzen und dann sollen die Arbeitslosen und die Obdachlosen mal machen, die sollen mal sich selber am Schopf aus dem Zumpf ziehen oder irgendwie, auf jeden Fall haben die irgendeinen vorteilbringenden Irrtum im Kopf, der am Ende daraus resultiert, dass sie erstens, also dass sie zwei Dinge machen, die Sozialsparten, sie helfen nicht und sie verwöhnen und dadurch bleiben ihre Massenkunden erhalten, ein Heer der Dauerarbeitslosen, wir haben ja immer noch fast drei Millionen Arbeitslose, Massenarbeitslose und Dauerarbeitslose in Deutschland, ja, und davon leben die, und die beziehen ihre Gelder alle davon, dass sie dieses Heer als Kunden verwalten und erhalten sozusagen und dann haben wir hier das sozusagen zum Beispiel die Asyl- und Migrationssparte und die sagt, nein, wir dürfen das Asylrecht nicht ändern, wir dürfen keine Asylanlagen in der Nähe der Krisengebiete machen, auch wenn wir dort ganz billig die Leute sehr gut versorgen könnten, wir dürfen auch dort kein Einwanderungsrecht machen und keine Einwanderungsabteilung in den Asylanlagen machen, wo nur noch Hochqualifizierte und Reiche und Gebildete zu uns kommen, nein, das dürfen wir nicht machen, denn, ein vorteilbringender Irrtum, alle Menschen sind gleich intelligent, jedes Kind, das geboren wird, ist ein Genie, also können wir doch auch unseren Kindermangel einfach aus dem Ausland füllen, ja, denn wenn alle Genies sind, ist ja jeder Gold wert, der zu uns kommt, ja, und mit diesen vorteilbringenden Irrtümern machen diese ganzen, dann kommt die Seebrücke dazu, diese ganzen NGOs, die sagen alle, wir haben Platz und so weiter, ja, haben wir auch Platz, nur die Frage ist doch, sind, die naturwissenschaftliche Frage ist doch, sind diejenigen, die zu uns kommen haben, die sozusagen jetzt sehr große Gehirne und haben eine hohe Intelligenz, also wie gesagt, oder haben die solche Gehirne und ruinieren das gesamte Europa sozusagen, ja, das ist doch die interessante Frage, Leute, die solche Gehirne haben, die würde ich sagen, sind überall herzlich willkommen, da leckt sich jeder Staat die Finger nach, dass die kommen und wenn die dann auch durch bestimmte Regelungen daran gehindert werden, Parallelgesellschaften zu bilden, dann haben wir doch das Problem im Griff sozusagen und man kann eben mit den Reformen der Next Scientist for Future und mit deren Wirtschaftswunder von 500, von 0,5 Billionen Euro jährlich kann man auch die Parallelgesellschaften, den Parallelgesellschaften kann man problemlos auch wieder die Staatsbürgerschaften abkaufen, ist alles nur eine Frage des Geldes und das Geld besorgen die Next Scientist for Future und dann sind wir eine Gesellschaft frei von Parallelgesellschaften, in denen immer wieder kluger, zum Beispiel Schwarzafrikaner zu uns kommen und ihre Gene in unseren Genpool einbringen und mit den schon länger hier Lebenden ohne Migrationshintergrund ihre Kinder in die Welt setzen und das ist dann völlig unproblematisch, die integrieren sich sofort und nahtlos und so weiter, aber, so und jetzt nehme ich mal diese Zeichnung wieder, also diese Kugel hier, das ist unser Kuchen, dann nagt was nagt als nächstes, vielleicht kann ich, die Sozialsparten habe ich, die ganzen NGOs, also man sieht die ja auf der Straße, die sind ja wirklich vorhanden, ja, das sind die Leute, die dann eben sagen, was haben die für Vorteilbringende, Irrtümer, die Vergötterung, Tiere, ach, gestern habe ich, letztens habe ich gesehen, ich glaube es war WWF oder so, ja, Panda oder so, ja, die Tiere sind wichtiger als die Bürger und die Wähler, die sind viel wichtiger und also das sind hier jetzt mal die NGOs, ja, diese, diese, diese ganzen NGOs, ja, Tiere sind die wahren Götter und die Erde ist der wahre Gott und die Umwelt und die, das ökologische Gleichgewicht wird Fantasie, das müssen wir erhalten und die Biodiversität und so weiter, alles, das, das sind die wahren Götter, denen müssen wir jetzt Gottesdienst erweisen, bitte spendet und dadurch erhalten diese NGOs dann riesige Gelder durch diese Vorteilbringenden Irrtümer, weil sie diese Vorteilbringenden Irrtümer, mit denen manipulieren sie die Leute und zieren eben und beschaffen sich ihre Gehälter als Geschäftsführer zum Beispiel und so weiter und alle die Spendensammler verdienen ja selber auch daran, also das heißt, natürlich sind wir für Umweltschutz, aber doch bitte so viel, wie es unseren Wählern nutzt. Wir brauchen für unsere Wähler eine saubere, gesunde Umwelt, weil sie nur so bessere Wohlfühlstimmen abgeben oder zum Beispiel bessere Gesundheitsdaten aufweisen und seltener krank sind und so weiter und bessere Leistungen bringen. Aber doch bitte, genau so viel Tierschutz, Erdschutz, Umweltschutz und so weiter und Biodiversitätsschutz, wie unsere Wähler brauchen, um ein glücklicheres, gesünderes Leben zu führen. Oder haben Sie schon mal einen Bonobo gesehen, der sich um das Schicksal der Löwen, der Leoparden, der Geparden, der irgendwelche Gedanken macht. Die sind doch für uns überflüssig wie ein Kropf. Wir könnten doch die ganzen Tiere in Afrika, wenn die Löwen nicht da wären und da die Schwachen wegfressen würden, wenn die ganzen Raubtiere weg wären, dann könnten wir doch, falls überhaupt Fleisch ein gesundes Lebensmittel sein kann bei Wildtieren, dann könnten sich die Afrikaner von diesen Wildtieren ernähren, ohne dass ihnen da Teile davon, von den Geparden, den Leoparden und den Löwen und den Tigern und so weiter in Indien und so weiter weggefressen werden. Also das heißt, wir brauchen doch all diese Tiere nicht. In der Evolution hat noch nie ein Tier die anderen gebraucht, sondern auch wir können doch die Schwachen wegschießen und essen sozusagen. Wir müssen diese Arbeit doch nicht den Löwen überlassen sozusagen. Man kann doch ein paar im Zoo halten, in großen Gehegen, sodass die Leute dann mal sehen können, was es so alles gab. Aber wir müssen uns noch mal klar sein. Ich glaube, 99 Prozent aller Arten, die je auf der Erde existiert haben, sind sowieso ausgestorben und ist deswegen die Erde kaputt gegangen? Ist deswegen der Mensch nicht lebensfähig, nur weil 99 Prozent aller Arten auf der Erde schon ausgestorben sind? Also ist doch kein Problem. Aber nein, aber diese NGOs leben natürlich alle davon, dass sie aus dem Eisbären einen Gott machen. Denn damit kann man dann Geld verdienen und die Leute sozusagen mehr oder weniger, ja, so kommt man an ihr Geld und kann aus dem Kuchen wieder ein großes Stück rausbeißen und rausfressen sozusagen. Und so wie geht es weiter? Dann haben wir die, ja, was steht denn hier noch? Ich kann das nicht lesen, sorry, der Stift ist zu dick. Also, dann haben wir, ja, die Rüstungsindustrie habe ich genannt. Dann haben wir hier die, die Wirtschaft. Ja, natürlich, also die gesamte Wirtschaft hat vorteilbringende Irrtümer im Kopf, mit denen sie sozusagen uns zu konsumsüchtigen machen. Aber das habe ich genügend schon am Beispiel der Autoindustrie mit ihren vorteilbringenden Irrtümern, der Pharmaindustrie mit ihren vorteilbringenden Irrtümern, der Nahrungsindustrie mit ihren vorteilbringenden Irrtümern, habe ich das ja genügend gezeigt. Und auch, ja, ich habe ja gezeigt am Beispiel der Frühärzte, wie die eben unser, und der Frühhändler, wie sie unser Glück zerstören durch vorteilbringende Irrtümer. Und damit wird unser aller Leben zerstört. Wir leben also in Krieg, in Gewalt, in Leiden, in Krankheit und so weiter. Und wie gesagt, es gibt nur zwei Therapien. Freien Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung sofort beenden. Zumindest freien Markt und freien Tauschhandel. Freien Tauschhandel und freien Markt auf jeden Fall sofort beenden über Arbeitsteilung innerhalb der Kommunen, muss man nochmal nachdenken. Also hier, wie war das? Innerhalb der Kommunen, innerhalb der einzelnen Kommunen, ja, eine gewisse Arbeitsteilung, die schadet ja nicht, wenn alles verschenkt wird. Aber Tauschhandel und freier, freier Tauschhandel und freier Markt sind die Killer der Menschheit. Entweder beenden oder die Reform der Next Scientist for Future. Bitte, eine andere Wahl besteht nicht. Ansonsten heißt es einfach, munter weiter leiden, leiden ohne Ende, nie wieder endendes Leiden. Geht nicht anders. Ja, weg damit. So, dann haben wir hier, ja, der Gott, der, ach so, immer wieder mal hier hin, der, ja, dann nochmal so ein paar andere Beispiele. Ach nee, da muss ich nochmal zurück hier. Ja, also hier haben wir unseren Riesenkuchen, das sind wir alle und das sind die Sparten und Sekten unserer Gesellschaft. Die ganzen Sparten und Sekten, ja, man könnte jetzt sagen, auch die Gemeinwohlökonomie nagt, wie all diese anderen Sekten an uns allen, weil sie will uns quasi eine Gemeinwohlbilanzierung verkaufen, und dann verdienen die Auditoren, so wie bei der Scientology, die will uns das angeblich, das große seelische und menschliche Glück verkaufen und dafür müssen wir aber ihre Auditoren bezahlen und dann werden wir arm und die Scientologen reich. und die glauben ihren Vorteil bringenden Irrtümer, dass sie uns das Seelenglück bringen würden und hier die Gemeinwohlökonomie-Auditoren, die glauben, dass wir sozusagen, diese, dass uns, dass das den Firmen das moralische Glück bringen würde und sie glauben, dass es sogar eventuell ihnen einen gewissen wirtschaftlichen Erfolg mindestens über Greenwashing bringen würde. Ich habe ja gestern angedeutet, dass die Gemeinwohlökonomie drei zentrale Schwächen hat gegenüber den Next Scientists for Future, mit denen sie ihnen weit unterlegen ist, nämlich sie, ihre Gemeinwohlbilanz ist zu schwammig, die würde zu riesigen Rechtsstreitigkeiten führen, so nach dem Motto, mein Wirtschaftsprüfer hat mir zu wenig Punkte gegeben und der Wirtschaftsprüfer des konkurrierenden Konzerns hat zu viele Punkte bekommen und deswegen darf der Staat jetzt seine Entscheidung nicht fällen, das Gericht eine einstweilige Verfügung, sondern erst muss das gerichtlich geklärt werden und dann wird man am Ende feststellen, diese sozusagen Einschätzungskraft, die Gemeinwohlbilanz ist nicht stabil genug, Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten, Wirtschaftswunderdaten und so weiter. Hier diese Steuerelemente, wo sind sie denn? Ja, zum Beispiel Steuerelemente wie Wohlfühlstimme, Gesundheitsaufwand, Erwartungskurve, tatsächlicher Gesundheitsaufwand, Kosten von Fehlzeiten am Arbeitsplatz aus Sicht des Unternehmens, Sicherheitsstimme, Beitragsrückerstattung, Sonderbelohnungsprämie, Steuer- und Abgabenleistung der Menschen. Das sind so Steuerelemente, mit denen kann man wirklich eher präzise Daten erziehen. Da hat man Zahlen, also richtige, harte Zahlen sozusagen und nicht Einschätzungen, die man dann als Einschätzung in eine Scheinzahl umwandelt, sondern man hat echte Zahlen und damit kann man eine Wirtschaft steuern. Ja, ach so, ich wollte wieder zurückgehen. Ja, also. Und ja, dann nochmal so ein paar Beispiele. Hier gehen wir nochmal auf unsere geliebte Kugel. Wo ist sie? Wo ist dann die Kugel? Da ist sie doch. Wir nehmen das schönere Bild. Unser Kuchen. Der Kuchen sind wir alle. Und dann haben wir zum Beispiel die Zeugen Jehovas, die nagen an uns. Hier, die Zeugen Jehovas, die haben den vorteilbringenden Irrtum im Kopf, dass man nur, indem man sozusagen an die Zeugen Jehovas eben einen Teil seines Einkommens gibt, sozusagen Kirchensteuer quasi zahlt, dass man nur so glückselig werden könne und irgendwie in das Paradies oder wo auch immerhin kommen könnte. Ja, das ist auch eine Variante des Gottesdienstes. Also jede Sekte, jede Sparte verlangt natürlich von, versucht uns ihren Gottesdienst überzustülpen, damit wir auch Gottesdienst betreiben und davon leben die ganz gut. Ja, und dann haben wir hier, wie gesagt, den Gott der Biodiversität. Also hier, ja, da wird also nicht gefragt, welchen Teil der Natur, welche Tiere brauchen wir. Der Gott der Gott der ökologischen, der, wie sagt man, des ökologischen Gleichgewichtes. Ja, es gab nie ein ökologisches Gleichgewicht, sondern das ist ein Scheingleichgewicht. Jeder Art versucht so gut wie möglich, die andere zu fressen, sozusagen. Jeder Löwe versucht, so viele Kinder in die Welt zu setzen wie möglich und so viele Tiere zu fressen und der hat kein inneres Programm, dass er sozusagen die Knus nicht vernichten würde. Er ist nur nicht stark genug. Ja, und wenn zufällig eine Art, zufällig ein Supergen bekommt und dann stark genug ist, dann gibt es am Ende nur noch Löwen und keine Knus mehr. Aber dann haben die Löwen noch die Zebras. Aber auf jeden Fall, sozusagen, gibt es da sozusagen, es gibt da kein Gleichgewicht der Natur oder des ökologischen Systems. Und wir sind halt jetzt die Stärkeren, wir können uns die Natur so gestalten, sollten damit aber mithilfe der Biologen extrem vorsichtig sein, dass wir nicht, ja, ich glaube, Löwen und Löwen und Raubtiere können wir spurlos aussterben, problemlos aussterben lassen. Die sind für die Menschen sozusagen, ja, wenn dann nur Nahrungskonkurrenten oder Gefahren. Ja, aber wir brauchen sie für nichts. Ja, also zum Beispiel die Idee, den Wolf einzuführen, ist ja eigentlich, gehört ja in den Bereich, naja gut, minderer Intelligenz. Denn alles, die selbe Funktion, die die Wölfe übernehmen, kann doch auch jeder Jäger übernehmen und dann die Restaurants mit hoffentlich einigermaßen gesunden Wildfleisch versorgen. Für die Leute, die unbedingt meinen, sie müssten Fleisch essen, ne, aus irgendwelchen Gründen. Ich tendiere ja zum Leichtveganismus, wobei ich ab und zu ein kleines Stück Fisch esse, weil einfach, es gibt viele Wissenschaftler, die immer wieder wiederholen, dass die gesündesten und langlebigsten Kulturen ab und zu ein kleines Stück Fisch gegessen hätten, ne. Also gibt es bei mir manchmal einen Fischtag, ja, aber ansonsten vegan, ne. Ja, also, dann haben wir die, ah ja, dann haben wir hier zum Beispiel, dann hier die Sekte und Sparte der ESO-Spyro-Psycho-Gesundheitsgeschäftemacher sozusagen, die uns also unsere Glückseligkeit und unsere Gesundheit versprechen, ohne wirklich Ahnung davon zu haben. Alles, was wirklich gesund macht, finden Sie bei den Next Scientists for Future und zwar völlig kostenlos, ne. Und ob man Nahrungsergänzungsmittel braucht oder nicht, da sind wir völlig offen, das ist eine ganz offene Frage. Also ich habe noch praktisch, ich merke nichts Positives, ich nehme zwar was, aber ob ich es brauche, vielleicht gar nicht, ne. Das sind wir völlig offen, ja. Und aber da gibt es eben ganz viele, die dann auch eben sich was von dem Kuchen rausbeißen und uns ihre Vorteilbringenden Irrtümer in den Kopf knallen, so nach dem Motto, ihr braucht tausend Nahrungsergänzungsmittel, ohne die geht es nicht, ne. Ja, und dann die Wissenschaft, da haben wir noch eine andere Sekte, die Wissenschaft, ja, eine andere Sparte uns Sekte, die ganzen Pseudowissenschaften der Universitäten, also der Weltrat versteht sich ja als die einzige echt wissenschaftliche Instanz in der Welt, also die einzige Wahrheitsquelle in der Welt. Da haben wir unsere Wissenschaften, unsere Universitäten, die wollen doch auch leben, die wollen doch auch was von uns fressen. Und die haben dann zum Beispiel so Vorteilbringende Irrtümer, ja, eine Studie hat bewiesen, wird natürlich nicht dazu gesagt, dass das bezahlt wurde von der Pharmaindustrie oder von anderen Industrien und, ja, und dass auch dort die Evolution so verläuft, dass natürlich diese Leute alle voll sind von Vorteilbringenden Irrtümern, die am Ende der Industrie dienen, den Konzernen, den eigentlich Regierenden dienen, ja, also vergessen Sie es, Wissenschaft, das sehen wir doch, das haben Sie doch jetzt endlich begriffen, dass bei Trosten, Wieler und Lauterbach, dass Wissenschaft einfach nur, einfach nur sozusagen ein Wirkungsverstärker für Vorteilbringende Irrtümer ist, mit denen die ganze Welt an uns frisst. Sie kennen das doch, Wissenschaft ist nichts anderes, als wenn der Zahnarzt im Werbespot sagt, Oh, diese Zahncreme, die macht ihre Zähne viel gesünder und besser, ja, und, ja, und genau so ist die Wissenschaft, ja, also, das ist alles Pseudowissenschaft. Wir haben eine Instanz, die seit über 50 Jahren, wo einzelne Wissenschaftler seit über 50 Jahren versucht haben, Wahrheit zu finden statt Wissenschaft. Natürlich haben sie auch die Wissenschaft genutzt und ausgewertet dazu, aber natürlich mussten sie überall filtern, aha, Pseudowissenschaft, 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 ja, hier ist ein Körnchen Wahrheit, das Körnchen Wahrheit nehmen wir, ne, das nehmen wir mit und die ganze Pseudowissenschaft, die lassen wir liegen, ja, und dann wieder weitersuchen, Pseudowissenschaft, 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 Soziologie, Pseudowissenschaft und, 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 und da wieder ein Körnchen Wahrheit, das müssen wir behalten, ne, und so sind einzelne Leute von den Next Scientists for Future vorgegangen und nur so findet man Wahrheit. Ja, was haben wir denn noch für Sekten hier, noch für Spaten? Die an uns nagen, ne, lassen wir es doch mal, ja, ähm, ja, das, äh, war es doch mal soweit. Äh, ja, das können wir mal so, ja, ja, das, äh, so, das war es damit. Jetzt kommen wir zu dem Kommentar. Wo sind wir denn, ne, jetzt gehen wir hier hin und jetzt haben wir hier den Kommentar. Ja, also da hat hier jemand so irgendwas kommentiert, ja, in all, von der Uni Mainz, ja, in all diesen Beiträgen wird der Meinung von Professor Fakti, nicht plakativ, sondern durch Fakten widersprochen, sagt die Pseudowissenschaftliche Universität Mainz. Ja, ja, ich war selbst an der Uni Mainz, hab dort etliche Veranstaltungen besucht, ich hab ja ein Studium Universale Generale gemacht, ich war Uni Marburg, Uni Mainz, Fachhochschule Wiesbaden, äh, Uni Frankfurt und, 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 ne, äh, äh, und, äh, ja, also, ja, angefangen hat es an der Uni Tübingen, als wir, äh, als wir uns, äh, die Philosophie angehört haben als Abiturienten, ne, äh, so, und dann begriffen haben, dass Philosophie nicht unser Hauptstudium werden darf, ja, äh, so, und, äh, äh, ja, ja, welche Fakten, Fakten, die also Pseudowissenschaftler für Fakten halten, ja, also noch einmal McDonalds, also, da gehen wir nochmal zurück, ne, da müssen wir nochmal aufs Bild, also, hier haben wir die Sparte McDonalds, wir hatten die Nahrungsindustrie, wir haben hier, also, ja, da gehe ich nochmal aufs andere, ah, ne, das war falsch, nochmal aufs andere Bild, weil ich die beiden Bilder mal benutzen will, hier haben wir unseren großen Kuchen und dann haben wir hier, ja, zum Beispiel hier McDonalds, ja, äh, als Teil der Nahrungsindustrie, natürlich sagt uns jeder, der bei McDonalds arbeitet, das sei total gesund, zumindest die Führungskräfte, ja, denn ich glaube nicht, dass jemand in der Evolution von McDonalds überlegen, äh, überleben kann, der grundsätzlich denkt, dass McDonalds die Bevölkerung vergiftet, ja, also langfristig vergiftet, ja, und tötet, ja, das, das, äh, glaube ich nicht, äh, das, sondern die Führungskräfte werden alle glauben, ihren Vorteil bringenden Irrtümer tun, McDonalds, Nahrung ist ein gesunder Teil einer gemischten, gesunden Ernährung, irgend sowas werden die glauben als Vorteil bringenden Irrtum, na, und natürlich, und wenn ich jetzt McDonalds befrage, dann werde ich immer nur das hören, was Trostenwieler und Lauterbach gesagt haben, denn unsere Pharmaindustrie, Medizinindustrie, unser Gesundheitswesen ist nichts anderes als ein zweites McDonalds, ja, also hier, das, hier, unsere Pharmaindustrie, oder hier unsere Pharmaindustrie, Medizin und Impf- und Testindustrie ist doch nichts anderes als ein zweites McDonalds, die sind beide, beide, nichts anderes als Spaten und Sekten der Gesellschaft, ja, und die nagen an uns, und die wollen alle möglichst viel fressen, ja, und, äh, von uns, ja, und dass wir dabei verrecken spielt keine Rolle, na, denn, äh, alle, alle Sekten und Spaten nehmen keine Rücksicht daran darauf, dass wir alle verrecken, weil sonst würden sie ja aussterben, na, also, wir haben zwei McDonalds, hier McDonalds 1 und die Pharma, das Gesundheitswesen, zweite McDonalds, und wenn ich die befrage, ist doch klar, dass die alle voll sind von ihren Vorteil bringenden Irrtümer, nämlich, ah, immer den Vorteil bringenden Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum im Kopf, Killer und Bakterien, äh, also Viren und Bakterien sind die absoluten Killer und die einzig relevante Krankheits- und Todesursache und, äh, Immunsystemsport, äh, Ernährung, gesunde Ernährung, gesunder Lebensstil spielen überhaupt keine Rolle, sauberes Wasser, saubere Luft, keiner redet von sauberem Wasser, saubere Luft und so weiter, Dr. Reuter hat uns ja darauf aufmerksam gemacht, äh, und, 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 und Wohngifte, ich habe gerade das Fenstersperrangel weit offen, warum? Weil die Wohngifte, ich, 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 ich will nicht, dass zu den Luftmeergiften sozusagen auch noch die Wohngifte, die Haushaltsgifte, die Haushaltschemikalien, die Kosmetikgifte und all die anderen Gifte noch dazukommen und mich schädigen, sondern es reicht mir schon, die Luftgifte abzukriegen, die, die sowieso draußen rumfliegen, ja, und, äh, von daher, also, ja, also, wie gesagt, das Gesundheitswesen, das so tut, als wäre es halbstaatlich, äh, ist doch, äh, auch die Gesundheitsämter sind doch nichts anderes als McDonalds-Filialen, nur, dass zufällig mal der Staat das Gehalt bezahlt, aber die sind doch alle ausgebildet, die, 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 die Amtsärzte haben doch alle die Ausbildung bei McDonalds genossen, ja, und ist doch klar, dass die alle das Gleiche erzählen, so, jetzt gehen wir wieder zurück hier, ja, also, und, und, deswegen, also, ich höre doch auf den, der sozusagen seinem eigenen Geschäftsmodell widerspricht, ja, und jetzt sagt, hoppla, Professor Bakhti, Wodak und wie sie alle heißen, das sind doch die guten Ärzte, die sagen, hoppla, da versucht meine Branche ein zu großes Geschäft zu machen, das sind irgendwie vorteilbringende Irrtümer am Werken, das ist gar nicht, äh, dieser Killer-Virus, das ist gar nicht so groß, der redet also dem Geschäft entgegen, dem glaube ich doch hunderttausendmal mehr als all denen, die in ihren eigenen Geldbeutel hinein mit ihren vorteilbringenden Irrtümern argumentieren, also, das sind doch keine Fakten, sondern, das sind ihre vorteilbringenden Irrtümer, das sind die vorteilbringenden Irrtümer dieser McDonalds-Variante, sozusagen, ja, deswegen haben dann die, wohl der, da hat ein Kommentar dann geantwortet, wohl wahrscheinlich vom Sender, News und Talks vermutlich, wie kann man nur so total ungebildet sein, dass man nicht versteht, dass die Medizin eine Evolution durchlaufen hat, durch die sie von oben bis unten voll ist, mit vorteilbringenden Irrtümern, die ihr Milliarden verschaffen. Kluge Menschen interessiert doch ausschließlich die Wahrheit, aber die findet man leider nur beim Weltrat und in Next Scientists for Future ist die einzige Instanz, für die ich meine Hand ins Feuer legen kann, den Rest, da würde ich immer sagen, da ist immer ein Gemisch aus vorteilbringenden Irrtümern und vielleicht mal ein Körnchen Wahrheit, ne. Wenn mir Millionen McDonalds-Mitarbeiter sagen, ihr Essen sei gesund, dann glaube ich doch lieber dem einen Whistleblower, der sagt, wir verkaufen Müll, ja, also ich glaube, denn, dass alle Geschäftsführer mir sagen werden, dass McDonalds gesund ist, das ist doch ganz normal. Und dann, ich glaube doch nur, und Bhakti, Wodak und Schiffmann sind doch Whistleblower. Sie sind doch Whistleblower, ja, und die geben zu, da will das Gesundheitswesen einen zu großen Schluck aus der Pulle. Das ist gar nicht. Dieser vorteilbringende Irrtum, dass das ein Killer-Virus sei, stimmt gar nicht. Und ich bin doch froh über jeden Whistleblower, der mir mal ein bisschen Teilwahrheiten bringt, ne. Ja, und die Medizin als Pseudowissenschaft ist nur eine Spielart von McDonalds. Ja, das war es doch schon. Ja, das war es sozusagen, ja, dann nochmal die Tagesthemen hier so. Also, also, nur, jetzt sind wir jetzt, hoffentlich haben sie begriffen, nur die Partei, wir 2020, Bodo Schiffmann und Bhakti, Wodakombo, Coinline und so weiter, all diese Whistleblower, können die Pharma-Impf-Testindustrie, also diese Sekte oder Sparte unserer Gesellschaft, die im Moment regiert, ja, bleiben zügeln. Ich glaube, jetzt könnten sie es verstehen, oder? Können sie es jetzt verstehen. Nur wir 2020, Bodo Schiffmann, plus die anderen Whistleblower, plus die Next Scientist for Future. Es gibt zwei Konzepte. Entweder wir machen eine Partei, die sagt, wir beenden freien Markt und freie Arbeitsteilung, nee, freien Markt und freien Tauschhandel, freien Tauschhandel und freien Markt, bei der Arbeitsteilung bin ich noch nicht so ganz sicher, weil, wie gesagt, wir schaffen grundsätzlich jede Form freien Tauschhandels und freien Marktes ab oder wir wenden die Reformen der Next Scientist for Future an. Ja, und wir diskutieren gerne mit der Gemeinwohlökonomie und anderen Systemen herzlich eingeladen, aber wir sagen Ihnen dann auch gnadenlos, welche drei Irrtümer das sind. Also ich sage es nochmal, die drei Irrtümer, wie war das? Der erste war die Tatsache, dass diese Gemeinwohlbilanz sozusagen nicht gerichtsfest ist und für einen Staat nicht taugt, weil die Daten nicht hart genug sind. Dann kennt die Gemeinwohlbilanz sozusagen, hat kein Mittel dagegen, wenn in einem hoch bewerteten Bio-Bäcker hoch bewertetes, giftiges, pilzverseuchtes, Getreidepilzverseuchtes, Biogetreide verwendet wird und die Leute alle nach und nach chronisch krank werden, ohne zu wissen, dass es aus dem Bio-Brot ist, das Gift sozusagen, weil sie gar nicht wissen, dass es eben dieses Pilzgift ist und dann alle chronisch krank werden. Das kann die Gemeinwohlökonomie durch kein Mittel bisher messen, weil sie weder die Wohlfühlstimme noch die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten und nichts, keine Steuerelemente hat, die das messen können, und sozusagen rausfiltern können und rausfinden können. Und die Gemeinwohlbilanz hat kein Mittel, diese glückszerstörenden, vorteilbringenden Irrtümer sozusagen zu beenden, wie der Mensch ist kriegerisch, wir müssen mal einen Angriffskrieg wieder machen oder dieser Körperkontakt untereinander ist ja eklig, widerlich und unkeusch und so weiter. Ja, also diese dagegen hat, also gegen alles, was wichtig ist, hat die Gemeinwohlbilanz kein Mittel. Und damit, darüber, aber wir diskutieren gerne, weil in der Welt der Ahnungslosen, im Tal der Ahnungslosen ist die Gemeinwohlökonomie noch der Sehende, also im Tal der Blinden und Ahnungslosen ist die Gemeinwohlökonomie wenigstens noch eine Einäugige. Deswegen diskutieren wir ja sehr gerne mit ihr. Denn sie ist ja sozusagen, gehört ja mit zu den letzten Mohikanern, denn mit Blinden und Ahnungslosen ist es halt nicht so toll zu reden, obwohl wir mit jeder anderen dieser Spaten und Sekten natürlich gerne diskutieren. Ja, ist ja kein Problem. Freie Argumente Kultur, ja. Aber es sollte schon nicht unterirdisches Niveau sein. Ja, ich glaube, das war es mal wieder mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute. Tschüssi! Bis bald ist es schon wieder so lang geworden.